Musik Mit der Fotoaktion der Caritas wollt ihr einen Blick hinter die Fassade des WM-Lands Brasilien werfen. Wie sieht es denn hinter der Fassade aus? Was entdeckt man da? Als erstes wollen wir die Situation, in der wir leben, in unseren Gemeinden zeigen und wie das Volk eigentlich in ihrem Alltag aussieht. Dazu gehört einfach das Zeigen von den fröhlichen Seiten, von den traurigen Seiten, wie das Volk ihren Alltag gestaltet. Erwartet ihr denn Proteste zu der WM? Ja, wir erwarten, dass es noch weitere Proteste gibt, dass das Volk einfach weiterhin zur Straße geht. Nicht, weil wir gegen die WM sind oder dass die WM nicht stattfinden soll. Was wir wollen, ist einfach zu sagen, neben der WM muss darauf geachtet werden, auf das, was uns fehlt, eben Bildung, Gesundheit, Kultur. Wo werdet ihr beide die WM schauen? Ich werde wahrscheinlich mit meinen Nachbarn oder mit den Nachbarn auf meiner Straße, werden wir das gemeinsam angucken und werden es uns wahrscheinlich dabei auch gut gehen lassen. Ich werde sicherlich das Spiele mit meinen Freunden verbringen, allerdings, wenn es Proteste gibt, werde ich sicherlich bei den Protesten sein und ich werde die Proteste auch fotografisch begleiten.